Moin liebe Zuschauer zum X-Tipp Spieltagstipp. Ich sitze hier gemeinsam mit Flemmi Mielke vom SV Nettelburg Allermöhe und wir tippen heute zusammen den achten Spieltag der Bezirksliga Ost. Legen wir gleich los mit der ersten Partie, die lautet MSV Hamburg gegen TUS Hamburg. Schwere Partie, weil MSV nicht so den besten Start hatte. TUS Hamburg ist sicherlich eine Mannschaft, die oben mit dabei sein wird. Ich denke mal, dass es an TUS geht. Ein 1-3 wird das. Kennst du irgendwen, der das Tor machen könnte oder die Tore? Ich weiß, dass bei MSV, dass er Lukas Wesenberg bestimmten Dinge aus 25 Metern reinhauen wird. Bei TUS bin ich mir nicht sicher. Da habe ich keine Schützen. Gut, nächste Partie SC Eilbeck gegen Rahlstedter SC. Da weiß ich auf jeden Fall, dass Nadolny ein, zwei Dinge machen wird. Wie immer wahrscheinlich. Eilbeck wird das reißen, auf dem Grand ist immer unangenehm. Das wird bestimmt ein 2-1, weil Rahlstedter auch nicht so schlecht drauf ist. Aber Eilbeck wird das trotzdem wuppen. Nächste Partie ist für dich auch ganz spannend, glaube ich, Sternschanze 2 gegen SC Wendorf. Ja, Sternschanze hat einen guten Innenverteidiger. Mein Chef bei FC St. Pauli. Dennoch glaube ich, dass Ilka Tiras den paar Steine in den Weg rollen wird. Ich denke mal, dass Wendorf das schaffen wird mit einem 0-3 in dem Fall. Der Bulle von Bosporos bei Wendorf. Nächste Partie TSV Glinde gegen SV Börnsen. Ganz schwer zu tippen, weil beide Mannschaften nicht den besten Start hatten. Ich glaube allerdings, dass Punat da ein, zwei Dinge machen wird. Es wird ein 0-3, würde ich sagen, nochmal. Der alte Routine bei Börnsen. Genau. Nächste Partie ganz junge Mannschaft ETSV Hamburg gegen eine ganz junge Mannschaft vor an Uwe 2. Uwe haben wir schon gespielt. Auch Uwe hatte nicht den besten Start. Ich glaube, allerdings ist das Eisenbahn, die ja auch nicht so toll gestartet sind, dass es um wird, weil die eben zu Hause spielen, wird ein knappes 1-0. Knappes 1-0 kommen wir dann zur nächsten Partie. Auch für mich ein Herzensspiel SCVM 2 gegen den FSV Gestacht. Das wird SCVM gewinnen, bin ich ziemlich sicher. Sehr guter Tipp. Genau, bei denen im Käfig ist es immer super schwierig, total kleiner Platz, gute Atmosphäre. Davon wird sich Gistach bestimmt beeindrucken lassen. Das wird ein relativ souveränes 4-0, würde ich sagen. Und jetzt die nächste Partie. Laumburger SV gegen ASV Hamburg. Auch nicht so leicht. Laumburg ist auch nicht so gut gestartet in die Saison. ASV hat auch viele Punkte liegen lassen, die sie eigentlich hätten mitnehmen müssen. Aber da die spielerisch einfach so stark sind, machen die das relativ locker mit einem 4-0. Auch 4-0. Das war Lieblingstipp. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Partie. Vielleicht kannst du ja auch 4-0 tippen. Nettelnburg, deine Mannschaft gegen Tussau Mühle. In der Vergangenheit haben wir uns immer ein bisschen schwergetan mit Tussau Mühle. Allerdings meistens auswärts. Ich glaube schon, dass wir heim unsere spielerische Überlegung ausspielen können. Und da bin ich ziemlich sicher, dass wir damit 5-1 oder 6-1 als Sieger auf den Platz gehen. Jetzt musst du noch alle Torschützen nennen. Du musst dich entscheiden. 5- oder 6-1? Ja, machen wir 6-1. Dominik macht auf jeden Fall zwei Dinge. Der Schindler, gut drauf wie immer. Dann macht das den Sigmund wahrscheinlich auch noch seine 2. Und dann kommt natürlich der Kopfball von Flemming in der 90. nochmal. Und dann macht natürlich unser Ulle noch ein Ding, um das Ganze abzurunden. Liebe Grüße auch von mir an Ulle. Vielen Dank. Grüße Ulle. Bis dann.